. . Nicht schon wieder an. Nicht schon wieder an. Ich höre. Oh, es... Wir hatten doch neuerdings die Gelegenheit über richtige und falsche Entscheidungen zu reden. Aha. Tovarisch, eine falsche Entscheidung waren die Vorgänge am Ende deines Matches von N.E.W. War. Eine richtige Entscheidung hat nun das N.E.W. Office getroffen. Denn im N.E.W. Deadline Turnier heißt es... Pain gegen Gromov. Und was für eine Gelegenheit bietet sich uns da, die richtige Entscheidung zu treffen. Wer holt sich den Deadline-Koffer und damit die wichtigste taktische Waffe in der N.E.W.? Ihr erfahrt es bei N.E.W. Deadline am 6. Juni um 18 Uhr im N.E.W. Hotspot in Hessdorf. Tickets und Infos auf enemynews-wrestling.de